Hallo ihr Lieben, ich möchte heute über einen Pinsel sprechen und zwar den Vorzeigepinsel 217, mittlerweile heißt er 217S von der Firma MAC. Alle Damen, die Videos YouTube oder generell Schminkvideos schauen, werden in irgendeiner Art und Weise schon von diesem Pinsel gehört oder es gesehen haben, dass es auch die Profis diesen MAC 217 verwenden und das ist eine interessante Geschichte, was diesen MAC betrifft, also diesen 217, speziell der 217er. Also ich hatte ihn schon mal vor Jahren, den ist er irgendwie abhanden gekommen, geklaut oder verloren oder er war weg und ich habe mich dann mit meinen Zoeva Pinseln, das sind auch alles Verblender Pinseln, und Bobby Brown Pinseln angefreundet, aber ehrlich gesagt habe ich nicht die passende Alternative zu diesem 217er gefunden und nun war ich intensiv auf der Suche seit ungefähr einem halben Jahr nach diesem 217er Verblender Pinsel. Also das ist ein Pinsel, der zum Verblenden von Lidschatten benutzt wird, zum Verblenden und Schattieren. So, also dann hieß es, nee, also diese Pinsel sind nicht lieferbar, dann hieß es, die Pinsel werden umgestellt, die waren, also früher war dieser Pinsel aus Ziegenhaar und nun ist auf Synthetika umgestellt worden und das heißt, deswegen heißt es auch 217s und die anderen heißen auch jetzt, weiß ich nicht, 218, 240, da gibt es ja zig Nummern, aber ich will ja nur über diesen 217er sprechen. Also ich habe gestern diesen Pinsel in einem MAC Store bekommen, also wir haben hier den größten Douglas Deutschlands und Douglas hat irgendwie ein totales Problem, diesen Pinseln zu ordern. Ich habe mich mit diesen Mädels von MAC sehr süß unterhalten und die hatten mir dann den Tipp gegeben, dass Galeria Kaufhof oder Karstadt, dass die das auch haben, dass dieser Pinsel dorthin geliefert wird, aber immer nur eine geringe Anzahl. Die kriegen dann so zehn Pinsel, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also dieser Hype um diesen Pinsel, das ist ja schon irgendwie, das ist ja schon eine Geschichte an sich, ja. Jedenfalls hieß es dann aber, ja, die hätten den Pinsel da, allerdings die kleinere Form, es gibt auch eine Reisegröße, die dann also ein bisschen kleiner, wo der Stiel kleiner ist. Also ich habe nun diesen, ich war bei MAC und habe jetzt endlich wieder mein 217s, also verbessert. Was hat es mit diesem Pinsel auf sich? Also der ist völlig unspektakulär verpackt, einfach, also man kriegt dann so eine Tüte von MAC, ne, und ansonsten ist der in so einem Plastikding drin. Ist ja eigentlich ganz gut, das ist nicht so viel Verpackungsmüll. Natürlich sind Verpackungen schön, aber es landet ja alles auf dem Müll. Also der ist in so einer Folie drin und der kostet, wenn man ihn in einem Geschäft kauft, also bei Douglas oder im MAC Store, 27 Euro. Im Internet variiert das zwischen 30 und 40 also zwischen 27 und 40 Euro, je nach Seite, also wo ihr diesen Pinsel bekommt. Was ist jetzt das Besondere an diesem entzückenden Pinsel? Also wenn wir uns die so angucken, sehen die eigentlich alle ziemlich ähnlich aus, ne. Also dieser Pinsel, also erstmal sind wohl diese MAC Pinsel alle von Hand gefertigt. Das heißt, es ist sehr eng und fein auch gebunden, die Borsten, also es sind Synthetika-Borsten jetzt. Und der Stiel ist aus Holz und das ist so ein, wie nennt sich das, das ist irgendwie so ein vernickeltes Messing hier, diese Kappe. Und er hält sich gut in der Hand. Und das Erstaunliche sind wohl die Anordnungen dieser, die sind so oval angeordnet der Borsten, diese ovale Anordnung der eng gebundenen Borsten. Man kann also großflächig über das Lid damit gehen. Man kann also großflächig jetzt den Lidschatten auftragen, egal ob ein cremiges oder ein synthetisches Produkt. Man kann in die Lidfalte damit gehen. Man kann sich jetzt auch hier unten als Highlight, also dieser Pinsel findet vielseitig, also vielseitigen Einsatz. Und wie gesagt, ich habe diese anderen, also ich bin ein großer Fan von Bobby Brown, aber das geht überhaupt nicht, der geht eigentlich gar nicht. Dieser Verblenderpinsel, da gibt es zwei Verblenderpinsel, die sind einfach zu weich. Ich weiß nicht, es ist schon verrückt, dass so ein Pinsel, der muss eine gewisse Festigkeit haben. Er darf nicht zu fest sein, darf nicht zu weich sein, er darf nicht. Hier, die sind zum Beispiel viel, viel lockerer gebunden. Die sind beide von Zoeva, die sind viel lockerer gebunden als der. Also der ist schon fantastisch. Und die haben auch nicht diese, wie so eine Katzenzunge sieht das ja fast aus. Also eine absolute Investition. 27 Euro hört sich sehr viel an, aber man braucht ja nicht 20 Pinsel. Es reicht ja, wenn ihr einen super guten Verblenderpinsel habt. Und bei guter Pflege hält der auch jahrelang. Also das ist ein Produkt, was wirklich jahrelang hält. Das heißt, ich würde den jetzt nicht komplett mit diesem Holzgriff unter Wasser anhalten. Ihr nehmt einfach eine spezielle Pinselseife, gebt das so ganz vorsichtig, schäumt ihr die Härchen damit ein und spült das jetzt nicht nach oben, sondern nach unten geht unter dem Wasserhahn aus, zieht das so trocken, legt es auf ein Handtuch über eine Tischkante, also nicht so zum Trocknen, dann könnte das Wasser in den Stiel laufen. Der kann dann wiederum schimmeln, der Holzschüber, es ja Holz ist, über die Tischkante zum Trocknen legen. Und wenn ihr den, wie gesagt, hegt und pflegt, dann habt ihr ewig was von diesem Pinsel. Also und da ist eine Investition von 27 Euro durchaus machbar, würde ich sagen. Also ich möchte ihn einfach empfehlen, weil ich ihn, weil ich ihn einfach fantastisch finde. Und ich bin sehr froh, dass ich endlich wieder einen habe. Und es ist, wie gesagt, ein wahnsinniger Hype. Also die jungen Frauen, die jungen Frauen wissen, die kennen diesen Pinsel natürlich alle. Wir Älteren vielleicht nicht so. Wie gesagt, es gibt auch gute Vergleiche von Ebelin oder von Zoeva. Aber das hat schon seinen Grund, warum der fast 30 kostet und die kosten eben nur 10. Es hat irgendwie schon seinen Grund. Also Zoeva, ich bin auch ein totaler Zoeva-Fan. Bitte jetzt nicht das falsch verstehen. Aber es gibt keine Alternative zu dem. Der ist einfach, also zum Verblenden und zum Schattieren für einen perfekten, professionellen Augen-Make-up-Look ist dieser Verblenderpinsel ein absolutes Tool, was also, was in keinem Kosmetik-Schminktäschchen fehlen sollte. So, und dann habe ich noch was Tolles entdeckt bei der Firma Lancome. Da gibt es jetzt so eine Frühlings-Limited Edition. Die ist sehr pastellig. Ich habe allerdings nur ein Produkt gekauft, weil mir das, also, und zwar geht es um einen Cream-Eye-Shadow-Stick in der Farbe Milky Pink. Das habe ich übrigens auch auf den Lidern drauf. Das ist so ein ganz zartes Rosé. Und das ist so ein Stift und das kann man so aufdrehen. Ich gebe jetzt mal was auf meinen Handrücken. Das ist so ein richtiges, schönes, milchiges Pink. Und da gibt es, also, die hatten, ich glaube, drei oder vier Farben, also die hatten den Grün, so ein ganz helles, pastelliges Grün und dieses Pink da. Und ich habe irgendwie so jetzt, auch gerade, wenn man so länger krank war und im Bett rumgelegen hat, und jetzt ist ja auch der erste März heute und das Frühjahr beginnt. Und man ist so, die Mode in den Schaufenstern ist alles so bunt, so rosé und gelb und hellgrün und hellblau und also alles sehr pastellig. Und ich finde eben auch schön, wenn man sich die Augenlider so ein bisschen pastellig, so ein bisschen, so ein bisschen hell schminkt. Und gerade wenn man so 50 plus ist, sehen auch so hell geschminkte Augenlider sehr freundlich aus. Und ich mag auch so dunklere Augenlider und auch dieses kupfergoldige. Aber das passt mehr in den Winter, mein Empfinden. Ich finde jetzt im Frühjahr das sehr schön, wenn wir so ein bisschen auf diesen Rosy Glow Trip wieder gehen. Und da bot sich das an. Also dieser kostet 19 Euro und noch was, 19,99 Euro. Wenn man das jetzt, wie gesagt, im Internet ist es wiederum teurer. Also beim Douglas kostet er 20 Euro. Und dann haben sie noch eine ganz süße, das habe ich nicht gekauft, wenn mir das ehrlich gesagt zu teuer war. Ein ganz tolles Pot Rouge in so einem kleinen Döschen. Und dazu ist noch so ein Schwamm, so ein Beauty Blender in so einer Macaron-Form. Also ganz, ganz zauberhaft. Aber wie gesagt, kostet um die 40 Euro, fand ich jetzt ein bisschen too much. Und das Rouge hatte so einen Aprikoton. Und das war sehr schön in der Handhabung. Aber wenn man das auf der Haut dann hatte, wurde das dann doch sehr trocken. Und ich habe jetzt noch genug Rouge. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt das Rouge. Aber dieser Stift hat es mir wirklich angetan, weil ich das Rosé, so ein Milky Pink, so schön fand. Auf den Augenlidern. Also ich hatte das jetzt nicht dort geschminkt. Ich habe den einfach gekauft. Also ich nehme den jetzt mal mit. Ich hatte mir den nur auf die Handfläche aufgegeben und fand das sehr, sehr ansprechend, sehr freundlich, schön. Ja, das war es jetzt auch heute schon. Also wie gesagt, dieser Pinsel, ich habe ihn bekommen im Mac Store und ich verlinke den jetzt mal. Ich versuche den mal über Amazon zu finden. Ich verlinke den mal in der Infobox. Es gibt, wie gesagt, auch noch die älteren Modelle zu kaufen. Auf manchen Parfümen, Dreams.de oder Amazon. Die haben noch den normalen 217er. Der war, wie gesagt, aus Ziegenhaar und die stellen jetzt um. Alles auf Synthetik. Man sagt ja immer, dass Synthetika, dass man Synthetika-Produkte nur für cremige Produkte benutzt. Aber bei dem ist es wohl so, das ist so eine ganz ausgeklügelte Fasertechnologie. Ganz innovativ und hoch modern, high-tech. Ja, keine Ahnung, was das für synthetische Fasern sind. Aber, wie gesagt, zum Auftragen von cremigen und pudrigen Produkten. So, das war mal ein kurzes Infovideo über den Verblenderpinsel, den wir alle irgendwie brauchen. Wenn wir Frauen, die sich Lidschatten aufgeben, brauchen einen Verblenderpinsel. Und natürlich kann man auch jetzt irgendeinen nehmen. Ich empfehle so Eva-Pinsel, sind auch ganz toll. Aber, wie sagt man so schön, der Rolls Royce unter den Pinseln ist der 217 von MAC. Der, er ist nicht umsonst, der Vorzeigepinsel von MAC. Und den wollte ich euch einfach mal ans Herz legen. Und wer Lust hat, kann sich den ja zulegen. Vielleicht, vielleicht haben wir schon einige Damen diesen Pinseln und können aus Erfahrung berichten, wie toll sich ein Augen-Make-up damit schminken lässt. Ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut und bis bald. Ciao. Ciao.